...mit folgenden Jungs-Faktionale, Max Königke, Herr Prasma, Theodoros, Milonus, Luca Heimhaus, Tom Ankele, Leon, Lina, Batuhan, Gerü und Walid Oda. Der FV 001 bestreitet das Finale mit Chris Heifert, Marius Dieter, Atis Arnold, Lerun, Julay, Lukas Kopschies, Maran Ausland und Yusuf Ura. Gewürzt zu das Tee von Fabian Kimmermann. Duolst! Vatuhh! 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 Ratsa! 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 Jetzt einer! Kulung, Scheibe! Hey! Ja, das ist mein Wettbewerb. Ja, das ist das nicht der Stelle. und ruhig noch mal ruhig noch an alle ja, nicht die du ja nicht, nicht die du ja nicht die du ja nicht die du so, bravo, du so nicht die du Der SSV Eulingang gegen den 2.0 in Flügel. Der SSV Eulingang gegen den 3.0 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 in Flügel. Vielen Dank für's Zuschauen. Das war's für heute. Der SSV-Röhrlinge erhöht auf 84-0. Der SSV-Röhrlinge erhöht auf 85-0. 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 Ich gehe mal davon aus, dass die ersten vier auf jeden Fall wir sind, alle anderen uns wird vermutlich schon abgereist.